Herzliche Glückwünsche seitens haustech.de, seitens des Geltner Verlags. Zum dritten Platz in der Kategorie Lüftung mit der Safe Wohnungs-Lüftungsgeräten. Herzlichen Glückwunsch. Ja, den dritten Platz für die Lüftungstechnik der Safe Wohnraumlüftungsgeräte. Darüber freuen wir uns sehr, was die Wohnraumlüftungsgeräte der Safe-Serie so besonders macht. Das sind einmal viele Baureihen. Sie fangen an bei 100 Kubikmeter. Das sind für kleine Wohnungen mit 50 Quadratmeter und gehen hoch bis zu 700 Kubikmeter. Wir setzen den Rotationswärmetauscher ein, der eine sehr hocheffiziente Energierückgewinnung bedeutet. Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit der Feuchterückgewinnung über diesen Rotationswärmetauscher, dass das Klima im Wohngebäude nicht austrocknet, sondern die Feuchtigkeit zurückgewonnen werden kann. An dieser Stelle darf ich nochmal Glückwünsche aussprechen, nämlich zum zweiten Platz in der Kategorie Heizung-Wärmepumpen mit der Monoblock-Luftwasser-Wärmepumpe-Size-Ship Mini. Auch hierfür herzlichen Glückwunsch. Heizen, Kühlen, Rauchwasseraufbereitung, Sys-HP Mini, DCI eignet sich damit für Ein- und Mehrfamilienhäuser, aber auch natürlich für Gewerbeimmobilien. Wir ermöglichen einen sicheren Betrieb bei minus 25 Grad bei einer Wasseraustrittstemperatur von bis zu 60 Grad. Bei der Wahl des Kältemittels haben wir uns bewusst für ein umweltschonendes Kältemittel entschieden, das R32. Unsere Wärmepumpe lässt sich gut mit der Solarthermieanlage zur Erzeugung von Warmwasser kombinieren. Ebenso kann die Systemintegration einer vorhandenen Öl- oder Gasheizung für einen bivalenten Betrieb ermöglicht werden. Zudem kann die Luft-, Wasser-, Wärmepumpe via App oder Modbus ferngesteuert werden, was natürlich einen sehr hohen Bedienkomfort mit sich bringt. Wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön auch im Namen aller Teammitglieder der Systeme GmbH. Wir werden die Preise entsprechend präsentieren in unserem Empfangsbereich, sodass ja auch für jeden Kunden, Lieferanten, Partner für uns, für die dann auch ersichtlich sind. Von dem her werden Sie einen Ehrenplatz bei uns im Haus bekommen. Bis dann!